hauja eisd am morgen vertritt kummer und sorgen so wie wir kommen zu der wohl beschissensten mit was die unschaffbarkeit angeht wir werden versuchen ja warum wir jetzt noch auf und auch direkt los holz am anfang hat damit sich verarschen wer kann mit sterben bitte nein nicht nachlassen ein bisschen shop ein bisschen Shotgun und die C-Ruhen was zur helle von wo der... ach von der O... fuck you Feierabend jetzt hier also diese Auffall... ne so diese Fackel... sieht man eigentlich gar nicht hoffentlich... wird euch noch nicht mehr gegen wenn wir irgendwo rumwummeln oh... Alter was ist hinter mir? was ist denn da... ach so kackast hier alter boah Level fängt schon wieder richtig geil an hier was macht der da... wieso guckt der einfach nur? will man das gucken... der ist jetzt auch einer der einfach nur rum guckt warum auch immer... soll mir recht sein? was? was? oh nein... nicht nur Mellows Souls... war da noch einer? ja da ist noch einer... muss immer noch zwei... alle viele Ritte bitte... Diggi was geht mit euch ab... ok... das klingt ruhig... war nicht noch für noch ein Secret? ah ne... war auf der anderen Seite... hier irgendwo war so ein Eingang... war das hier? ja... sehr auffällig... auffallend unauffällig... oh da rum... jetzt ein Sieg mit... schau mal einen an... so... jetzt müssen wir wieder runter... und das ohne Schutzanzug... und das ist der erste Part... wo man stirbt... ich weiß nicht wie wir das schaffen sollen... ohne komplett drauf zu gehen... ähm... da ist wieder richtiger Spaß hier... ja gut... da muss ich da zum ersten Mal cheaten... weil ohne ist es quasi... ne... da schlubst du direkt beim durchgehen... kann ich mal ganz kurz zeigen... direkt tripiert... kannst du nicht machen... das funktioniert nicht... und so läuft das gesamte Level ab... äh... so... Mann... weg da... was? ich hab trotzdem noch ein 10% Leben... was ist hier los? alter... was soll denn der... wieso kann ich denn... äh... das ist aber auch scheiße... hier den Gottmodus zu machen... aah... was... was... was machen wir denn jetzt am dunsten? hm... mit dem KI hier... so... ja... Gottmodus wieder aus... ich hab's... einmal aktiviert... und dann direkt nach Montuspringen... wieder deaktiviert... was... was... oh... da lebt noch einer... oder auch nicht mehr... alter... ich kann dich nicht treffen... ich... geht doch... was ist denn los hier? so... so... wo ging ich hier rein... ich kriege... uah... alter... oh nein... no Fouls... so... was war hier hinten los? tormentlos... wot... weh... wot... sozusagen... zu jung... zu jung... ... hat man damit an der stelle das spiel quasi kaputt gemacht also die map oder oder war das nicht so ich weiß gar nicht mehr irgendwas habe ich jetzt damit kaputt gemacht ich habe es einmal gemacht und dann hat irgendwas nicht mehr funktioniert naja egal wir machen es trotzdem was okay da hinten bist du das war wenn du mir bitte kommen auch mal her hier wo er jetzt hier noch jemand so gucken hier war klauer schalter kann man jetzt noch nichts machen ja dann müssen wir jetzt einen teleporter benutzen worauf ich persönlich kein bock habe deswegen schauen wir mal hier so direkt rüber aha was was der nein alter scheiß waffen wechseln so hier ist glaube ich auch noch mal sehr gefährlich gut ich glaube dann nehme ich lieber die schrotflinte mit der anderen verbrauche ich einfach zu viel munition und da bist du jetzt weiter weg oder ja ich glaube doch jetzt hat jemanden aufgeweckt mit dem hochspringen was wo auch ein mann alter wo ist denn der ich habe schon fang die rüssel an was muss ich jetzt machen wo ist denn ich glaube ja sowas ja gut wo doch und die pampe und jetzt muss überlegen doch genau genommen müssen die hinten rein das war einfach ins spring könnte auch diesen teleporter benutzen ja aber die richtung ich darf jetzt gar nicht sprungen direkt beim auf treffnid und tut das überlege ich doch gar nicht, wie sie es schaffen. Ah, will ich jetzt mich wieder hier? Wie soll man das hier unten überleben? Ich meine, ich versuche, wenn ich direkt auf dieses Ding darauf springe, dass er funktioniert. Ah, okay, das funktioniert. So, das heißt, es muss jetzt hier hinten. Ich glaube, immer kreuzüber. So, das war nicht das, was ich wollte, aber immerhin auch ein Spooky. Dann nehme ich dir einfach mal dankbar mit. So, dann war das also schon mal falsch. Wo bin ich jetzt hier? Oh mein Gott. Nee. Sag ich doch, es ist immer gegenüber. Aber wie komme ich denn nach da? Wo muss ich denn hier? Nee, hier war ich doch gerade. Hä? Na, jetzt bin ich wieder hier. Ich sehe, kriege ich einen Schutzanzug. Oh. Geht es erstmal nackt auf den Arsch. Also brauchen wir erstmal den roten Kien. Das ist also noch gar nichts. Garten, muss ich denn da hinspringen mit dich? Ja gut, probieren wir einfach mal den da. Der müsste uns jetzt auch wieder gegenüber, also da hinten in dirisch wieder hinspringen. Da hinten. Sag ich doch. Ist immer gegenüber. Aber wo ist denn der, der uns zu dem roten Ding führt? Jetzt bin ich auch wieder hier. Hä? Aber wenn man möchte mal gar mit dir. Was? Ah. 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 Na super. Jetzt mal die Dingle also noch gar nicht mitnehmen brauchen. Ah, so bauen die Wirkung ist jetzt auch schon vorbei. Na ja, müssen wir später wieder entschieden. Aber gesagt, unter dem Ding kommt sie nicht weiter. Ah. Was jetzt? Achso, das muss ich ja eben. Da muss ich da wieder rein. Und hier ist nichts. Das, das, das ist das, was meine. Ich komme jetzt hier nicht mehr weg. Das funktioniert so nicht. Wer, wer denkt sich das so eine Scheiße aus? Digga. Leck mich doch am Marsch, ey. Ich möchte mal was anders. Solange wie ich hier bei der Lava rumrenne, mache ich immer einen of God Mode. Weil wir da haben, alles kommt nicht vorbei. So, was jetzt? Wo bin ich jetzt? Was mache ich denn überhaupt? Alter, ich hatte neue Lagen. Okay, ich bin jetzt hier. Was heißt, ich muss nach da hinten. Gehen wir mal hier. Was heißt, wir müssen jetzt danach da? Damit ich da hinkomme. Bin aber hier wieder auf der falschen Seite. Also da hinten komme ich nicht hin. Damit. Gut, aber ich habe jetzt den gelben Key. Das heißt, ich kann jetzt hier gucken, ob ich jetzt hier weiterkomme. Geh, ich geh nur mal auf. Hä, wie geht denn das? Äh, Nani? Ach, so ist das. Also da hinten komme ich aber nie im Leben hin. Wir probieren es. Und wenn es nicht klappt, nehme ich God Mode. Äh, hast du verkehrt. Kriege ich direkt sofort Schaden. Sooo. Was? Ach Alter, ich habe nicht wieder die Flexion vor dir. Aua. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wirklich füken. Wo bin ich denn? Ach hier. Ach. Was? Wie seid ihr jetzt? Habt ihr euch das überlebt? Man, dieses Spiel, dieses Level, ist auch nicht Gaga. Was soll denn das? Ach so, halt. Ich habe kurz noch wieder aufhalten. So. Ja, alter. Kommt hier hoch. Wo wir so mal auf das hoch geht. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, leck mich doch. Null Prozent Leben, alter. Ist verdammt wenig, denke ich mal. An. Quatsch. Klar. Ich bringe jetzt hier der Porta rein. Das macht noch so viel Sinn. So, hier ist so ein Ding, das ich vielleicht erzähle, gerade mal. Das hat sich jetzt gerade geöffnet. Auch hier ist auch noch so ein Ding. Oh, jetzt bin ich ja schon hier. Oh, jetzt bin ich ja schon hier. Wo geht es denn da unten hin? Kommen wir da überhaupt hin, ne? Hm, wie wäre ich jetzt hierher zu diesem Cyberdemand fertig? Ah, komm. My darling. Oh, nicht runterfallen. Ich muss echt drauf hoffen, dass er nicht trifft. Wie auch immer das gehen soll. Wie haben sich die Entwickler das vorgestellt? Fick die Henne. Muss ich also etwa, jetzt hätte ich echt nach jedem Treffer speichern? Na, der kriegt nicht mal was. Wo ist denn der? Das geht so nicht. Wie soll das funktionieren? Da wieder hochkommen geht auch nicht. Ja, klar. Vega. Wie bitte? Wie? Ah. Ah. Hatte ich direkt vergessen. Was vielleicht geht... Ist das hier. Von hier aus jetzt quasi. Hier hat auch noch so Kackodämen hier, Alter. Na komm her. So, vielleicht kriege ich den Himmel. Bisschen klein gemetzelt. Ich kann mit der Wacht nur langsam ran. Das war gar nicht mal so schlecht. So, jetzt muss ich nochmal nach hinten, um mir die Rüstung dazu holen. Achso, wie soll das gehen? Das ist auch der Teleporter. Soll ich da hinten hinkommen? Achso, okay. Kommt zumindest hier hin. Okay. Mir wäre zwar lieb, wenn wir nur irgendwo Munition finden würden, aber... Hm. Dazu brauche ich mir erstmal wieder so einen Anzug hier, um die überhaupt irgendwo hinzuhucken. Ja, und die, die hier rumliegt, kann man natürlich alles nicht mitnehmen. Wir sollten auch noch mal die AK benutzen, kann das sein. Ja. Bisschen quasi die hier. Dann bis zum nächsten Level. Aber jetzt habe ich jetzt eigentlich schon noch Gottmord drin? Ne. Sehr schön. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Map wieder. Tschüss dann. Tschüss dann.